Hohes Harnsäure-Level kann zu Problemen wie Gicht und Nierensteinen führen. Doch es gibt Lebensmittel, die helfen können, die Harnsäure im Körper auf natürliche Weise zu reduzieren. Hier sind die sechs besten Lebensmittel, um Harnsäure zu reduzieren. Nummer 1 – Sellerie Sellerie enthält Verbindungen, die helfen können, Harnsäure aus dem Körper zu spülen. Eine tägliche Portion kann bei der Senkung der Harnsäure-Werte helfen. Nummer 2 – Apfelessig Apfelessig hilft, den pH-Wert des Körpers auszugleichen und die Ausscheidung von Harnsäure zu fördern. Nummer 3 – Zitronen und Limetten Zitronen und Limetten enthalten Zitronensäure, die helfen kann, Harnsäure aufzulösen und die Ausscheidung zu erleichtern. Nummer 4 – Knoblauch Knoblauch hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann helfen, die Harnsäure-Werte zu regulieren. Nummer 5 – Zimt Zimt hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und die Insulinsensitivität zu verbessern, was indirekt die Harnsäure-Produktion beeinflusst. Nummer 6 – Lebertran Lebertran enthält Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und helfen können, die Harnsäure zu reduzieren. Welche dieser Lebensmittel hast du bereits ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres informatives Video zu verpassen. Wir wünschen dir eine gesunde und ausgeglichene Harnsäure-Balance.